Guten Abend liebe Leute und willkommen zum nicht letzten Vlog, aber ja erstmal der letzte Vlog vorm Berlin Urlaub, denn in ungefähr 5 Stunden geht es los, also es ist glaube ich 23 Uhr noch um was, ich bin auch ein bisschen müde, ich habe auch ein bisschen gefeiert, was heißt gefeiert? Das ist einfach, ich bin ein vierfacher Onkel geworden, ja vierfacher Onkel, Wahnsinn und ja ich habe da ein bisschen gefeiert, ich habe eben mit dem Vater, die Mutter ist ja natürlich noch im Krankenhaus mit der Kleine und ich habe mir da mal was überlegt gehabt, denn viele sagen ja installiere mal 7Core und teste das mal an, mach mal ein Movie, ja ich habe es, ihr downloadet, ich habe es installiert, und leider lässt sich dieser komische Guardpatcher nicht patchen, Guardpatcher nicht patchen, dieses Guardchild oder keine Ahnung was sich da oben links dann immer im Feld patcht, lässt sich nicht zu Ende patchen und irgendwie wird das Spiel dann auch nicht starten und deshalb gebe ich euch einfach eine Wochenchallenge für euch, der das hier einfach mal eine Preview macht, beziehungsweise ein Let's Play und das Spiel mal einfach erklärt, 7Core und das als Videoantwort postet und ihr könnt dann in der Woche natürlich entscheiden, welches denn nun gut war, ihr schreibt dann einfach hin zum Beispiel das von Schießmichtodt war gut oder weiß ich irgendwas und dann werden wir mal gucken, wie viele das denn bejahen und ich werde einfach mal alle Videoantworten sofort genehmigen, da ich die Woche wirklich keine Zeit habe, um wie auf YouTube unterwegs zu sein und ja macht einfach mal bis zum nächsten Sonntag, ja sagen wir mal Sonntag 24 Uhr, also Montag 0 Uhr, ja genau, so machen wir es einfach mal, Montag 0 Uhr, also nächste Woche, dass ihr da einfach mal ein Preview dazu macht und der Gewinner, beziehungsweise, ja der mir auch wirklich gut gefällt, bekommt von mir eine Super Mario Tasse zugeschickt und ja genau, macht das einfach mal, das ist eure Challenge für die Ferien, denn ich glaube es ist jetzt deutschlandweit, denn Ferien und manche fahren ja nicht weg, haben eventuell ein bisschen mehr Zeit und können mir das Spiel mal ein bisschen genauer erklären und ich würde mich mal freuen über zahlreiche Videoantworten, ja tobt euch einfach mal aus ja habt eine gute Audio, man sollte euch gut verstehen, macht vorher ein paar Test Fraps Aufnahmen, ja weil viele nehmen einfach auf ein Stück auf und merken dann, hey hört sich doch ein bisschen beschissen an und haben dann wahrscheinlich so 20, 30 Minuten gelabert und wollen es dann nicht nochmal machen, weil einfach die Audio total verkorkst ist, beziehungsweise war und ja, SWOT X hat immer noch wirklich Maintenance, also die arbeiten da immer noch, ich hoffe mal, dass es wirklich bis nächste Woche, also wenn ich wiederkomme, dass es gefixt ist und dass das Spiel dann mal weiter vorangeht, ja ansonsten freut mich auf meinen Berlin Urlaub, ich bin total kaputt, ich weiß ja nicht mehr, weil ich überhaupt klar war und ich wünsche euch einfach mal viel Spaß in der Woche, in der zu hakenfreien Woche und ja, zockt euer Spiel, genießt die Ferien, geht ein bisschen feiern, macht sonst irgendwas, ich mach das auch in Berlin und natürlich Mittwoch, Alexanderplatz, 15 Uhr vorm Saturn, in dem Sinne, euer Zuhaken, Tschüssi